Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind wieder der Killer. Ich hoffe, wir haben heute etwas mehr Glück. Der Vorteil ist allerdings, wir sind heute schneller und unsichtbar unterwegs. Also das Optimale, um als Einsteiger zum Serienmörder zu werden. Wie lange dauert denn das in Höhlen? Hallo! Komm her! Ich hab gedacht, das ist der Instant! Hallo! Brr! Oh, da ist er noch mehr! Komm mal her! Komm mal her! Wo bist du hin? Oh, nice! Die verarscht mich! Man muss so sterben! Hör auf, Haken zu schlagen! Das ist so frech! Geht doch! Komm mal her! Ich hab noch was für dich! Gänst du schon, Jerry? Jerry! Jerry ist mein kleiner Freund! Die machen wir noch kaputt! Jetzt siehst du mich! Und jetzt bin ich weg! Okay, da müssen wir mal dran denken! Es dauert eine Weile! So, da ist ein Jen gemacht! Oh, guck mal einer an! Ihr wollt euch doch nicht etwa heilen gehen? Ist da wer verletzt? Ich glaub, ihr braucht meine Hilfe! Hallo! Da bin ich wieder! Und jetzt sterb! Oh, das macht Spaß! Wie hebe ich dich auf? Geb dich nicht auf! Hallo! Komm her! Kann ich nicht! Da! Ich hatte es! Tut mir leid, ich bin Anfänger! So, hier haben wir einen Jen! Da haben wir einen Haken! Ja, was hast du denn da gefunden? Er hat einen Haken kaputt gemacht? Wieso kann man den Haken kaputt machen? Jetzt konnte die sich befreien! Hallo! Sag hallo zu Jerry! Komm her! Das ist dein Werk! Du hast meinen Haken kaputt gemacht! Lauf doch nicht weg! Ich komme! Das macht nix! Hier, Alte, geht mir so auf den Weg! Sterb! Dafür musst du sterben! Es hat sich aber hier ausgespielt mit der Palette! Nicht schlecht! Hast du es geschafft? Das gibt es doch nicht! Ich bin unsichtbar! Ich muss doch total super sein! Ja! Ich bin unsichtbar! 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 Hört auf, Haken zu schlagen! In deine Fresse! Hallo! Hallo! Dich will ich eigentlich gar nicht! So, wo haben wir euch denn jetzt? Oh, die brauchen nur noch einen! Hallo! Hallo! Da bin ich wieder! Dich brauche ich nicht! Wo bist du hin? Hallo! Das war's mir wert! Was? Das war's mir wert! Ja! Haha, ich hab den Trick verstanden, junge Dame. Hallo. Oh. Na, Odin. Du, mit deinem verdammten Erste-Hilfe-Kopper. Du hast noch gar nicht gehangen. Das hast du dir jetzt aber so gedacht. Komm her, hier. Komm da echt nicht hinterher. Du hast die Heilung verkackt. Ah. Hallo. Du siehst aus, als würde es dir nicht gut gehen. Lass mich dir helfen. Komm her, hier. Du hast jetzt verkackt. Die verarscht mich immer. Mit der spiele ich mich. Wo seid ihr? Ja. Hallo. Hallo. Ich bin wieder da. Ja. In dein Gesicht. Ja, öffne die Tür. Kommt schön alle hierher. Ich bin der Wächter. Hier geht's nicht raus. Hier geht's nicht raus, Freunde. Jetzt seid ihr dran. Ihr lernt nicht dazu. Bist du noch hier? Komm mal her, hier. Einbehalt dich als Andenken. Wo ist denn der nächste Haken hier an der Tür? Gibt dir auch noch einen mit? Ja, ich hab's gewusst. Das dauert jetzt aber eine Weile. Das war's für dich. Ja, hast du gedacht? Hätte ich jetzt auch laufen lassen können. Habe ich aber nicht. Wo ist denn hier so ein Haken? Die sind ja ewig weit weg. Ah, guck mal. Guck mal, was ich hier hab. Ein Haken. Ich wollte die ganze Zeit blockieren. Ich konnte die nicht aufhängen. Ich will noch einen Toten. Oh nein. Ihr kommt alle da von. Echt jetzt? Komm schon, Buddy. Ja. Bring dich hier nach draußen. Wie lass ich dich noch mal fallen? Kannst du dich mal frei wiggeln? Wie lass ich ihn nicht fallen? Geh mal ruhig raus. Gute Runde. Tatsächlich hätte ich ja wirklich keinen gekriegt, ne? Brutaler Killer. Am Arsch! Aber macht Spaß, Leute, um zu... Also... Virtuell... Jagen. Wenn's euch auch Spaß gemacht hat, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.